Musik Wir möchten gerne Bauern, die umstellen möchten, auf Ökolandbau eine Chance geben. Und wir helfen diesen Bauern, indem wir Märkte schaffen, wo sie auch sicher ihre Lebensmittel dann an den Mann und die Frau bringen können. Und die Marktschirmerei ist ein Baustein davon, womit jeder im Landkreis auch unterstützen kann, dass immer mehr Bauern auf Ökolandbau umstellen können. Musik Ich bedanke mich alle bei euch, dass ihr heute da mitmacht. Und ich finde es super. Danke. Musik 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 Musik